Herzlich willkommen, hier ist die Eisarena Bremerhaven. Es ist kurz nach neun und die Nürnberg-Eisteigers sind auf dem Eis. Die machen nämlich hier ihr Frühtraining. Heißen ja eigentlich offiziell Thomas Sabo Eisteigers, aber den Ortsnamen Nürnberg, den sollen wir schon mal dazu erwähnen. 19.30 Uhr, dann Spielbeginn hier gegen die Fischsturm-Pinguins. Rob Wilson, der Coach, der scheucht seine Jungs hier schon mal mächtig übers Eis. Und die Pinguins, die werden heiß sein, hier den Nürnbergern Parodie zu bieten. Die Pinguins, die gehen um 10 Uhr zum Frühskaten auf das Eis. Und dann heute Abend ausverkaufte Hütte, hier Eisarena Bremerhaven, wir fiebern mit. Viel Spaß heute Abend beim Eishockey Bremerhaven gegen Nürnberg.